Hallo. Hi. Sorry fürs Getränkenport. Ich bin nur ein bisschen dehydriert. Überhaupt kein Problem. Also bei mir gibt es keine Verbote im Auto. Schon ganz schön den Burger mitnehmen. Dann hättest du mir mal die Nase lang gemacht. So, erstes Mal dieses Jahr auf Drezas. Die Jokos sind nicht so schlecht. Hatte ich ja schon mal geschrieben. Das ist doch unfassbar, oder? Das stimmt mit diesen Menschen nicht. Heute ist schon einer an der D13 ausgestiegen. Kein Läufer im Laden. Aber Hinteraxe ist schön stabil. Also ich würde mich da so mit Kartenreifen... Die sind ja nicht so richtig kalt. Ich bin schon hier auf dem Weg zur Tankstelle zurück. Ich bin schon ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Schon überall im leichten Triffdruck. Ja, hier war das da vorne im Kerb. Ich bin da direkt auf dem Kerb raus. Ja. Und ja. Aber wenn ihr mit Haftungsausschluss fahrt, jeder muss das bezahlen. Ja. Ich habe ja auch schon mal geschrieben, ich fahre auch nur Trackdays mit Haftungsausschluss. Ja. Jetzt kommt der jetzt noch und verklagt dich, weißt du? Ja. Und würde noch seinen Schaden von dir bezahlt haben oder so. Ja. Ok. Okay. So. 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 Die halten aber schon gut die Reifen. Traktion ist wahnsinnig. Traktion können wir da ja mal Steilstrecke ausprobieren. Das ist, finde ich, immer das beste Beispiel für die Traktion. Was diese mechanische Sperre, was das Auswand ist, unfassbar. Wir haben vorhin mit Tim gesprochen von 413 Motorsport. War der heute hier? Ja, also der ist auf dem Track Day und fährt morgen wieder. Und er hat eh gemeint, da gibt es noch eine andere Software für die Sperre. Weil die TCR und das, die fahren ja auch eine Seriensperre mit DSG. Wenn du morgen nochmal sprichst, dann lieber kurz vor mir. Jo. Ja, wir wollen heute noch ein Sken. Das ist gut. Wie hat er gemeint? Wie hat er gemeint? Wie hat er da? Www. Wie hat er die TCR in die TX in das? Www. Wie hat er gehört? Www. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt noch einmal Luftgucke, beziehungsweise, hattest du jetzt den Eindruck, wir haben deutlich zu viel Luft gehabt? Nö, eigentlich nicht. Dann fahren wir noch eine Runde.